Ich bin Hamed Chaudhry. Meine Eltern kommen aus Indien, aber ich wurde hier geboren, darum ist Deutschland meine Heimat. Dass der Weg hin zur Integration manchmal nicht so einfach ist, habe ich lernen müssen. Klar, es gibt immer wieder mal Niederlagen und Rückschläge. Den Mut nicht zu verlieren und nach vorn zu blicken, das ist angesagt. Ebenso braucht die Integration Ziele und Vorbilder können helfen Motivation zu tanken. Vorbilder ermutigen uns vorzuschreiten und mehr Hoffnung zu wagen. Ich gehe mit meinem Beispiel voran. Ich bin auf der Suche nach diesen Vorbildern, treffe sie und stelle sie ihnen vor. Mein Vorbild.